Ich habe übrigens Kirschner angenommen als Beruf jetzt halt Wollen wir mal logfest Anzeigen aus, warte Gibt's hier genug Fests Hunter Trainer Train me Begleiter Kontrainer Raptor Schuss, ich hab nur so Scheiße die ich nie brauch man Kann ich mich nicht selber sehen, verstehst du das? Äh, ja Du siehst die halt nicht selber Ja, ich hab die Fotos Boah, Streuschuss ohne Skillen Wird immer besser Ja, ich weiß, das wird äh Ah, Streuschuss mit dem Level schon heftig, ne? Äh, beginnt mit dem Zähmen, wenn es Tier ist Ah, jetzt kann ich mir jegliche Tiere holen Hier freigeben, das musst du auch lernen Alter, ist das übel, was du alles lernen musst Hier, Begleiter kontrollieren Ja, dann laufe ich einfach alles, ey Ist ja übertrieben Dann kriege ich mal wieder was sinnvolles Mehr Verschuss Oh, okay Gut Jetzt habe ich auf jeden Fall einen Aspekt Das gefällt mir schon mal Irgendwie Da gut Was ist der drüben Trainer? Ja, ich hab eine Quest Ich hab eine Quest Ich hab eine Quest Boah, ist ja, ist das sehr besonderes ein WoW Ja, rede mit ihm Oh, train mich Was ist das? Was ist das? Du musst mal Sprinten haben, ey Du bist doch eh schon schneller als ich Ja, aber für kurze Zeit Richte ich mal nicht auf? Doch, mach ich ja Hast genug andere Probleme Warum? Ja, dann kann man Ja, bist du auf Äh, ähm Ja, du weißt schon Mein Sprachgebrauch Ja, dein Sprachgebrauch Durch dich werde ich immer schlechter in Deutsch Ach so Dann bin ich jetzt wieder der Albaner schuld, ne? Ja, wenn du immer Daddy das verwechselst Das ist nicht einfach damit zu halten Aha So Ich hab jetzt nicht so lustig Ja, das ist aber die Wahrheit Ist klar, dass du das so lustig findest Vielleicht das verdorbenen Gezeitenkrieger Es bringt Sonst was Warte, hieß doch schon eine Quest Warte, ich folg dir mal Lass zusammen alle Quest machen Geht ja jetzt in Gruppen Kann man jetzt alle Quest machen Ja, ähm Wo müssen wir jetzt hin, ne? Das ist die Frage Das ist die Frage Habe ich schon Wildtier aufspüren? Die Frage der Fragen Die Frage der Fragen Oh, ist ne Schnecke Lass die Schnecke töten Schnecke Hä? Leute, ich hab geschossen, aber Mhhh Kann die sogar looten Oh, das ist das wahrscheinlich, weil ich irgendwie wie weh grad Ähm Was ich fest willst du machen? Da Ja Ja, ich muss glaube ich die hier töten Ja, die muss ich auch töten Aber du musst die auch looten Ja, aber dann noch Ne, wir sind in keiner Gruppe, Mann Lass uns mal Ja, dann mal Bis mal Level 60 mit Level 14, ey Bis Level 14? Neufertigkeit erlernt Tier heilen Ey, das ist geil Gefällt mir irgendwie Oh man, dauert gezielter Schuss lange zu casten Ja, der macht aber fett Schaden Ja, der macht fett Schaden Ja, der macht fett Schaden Das ist mir klar Aber ich hab keine Bock In die 10 Sekunden da rumzustehen Dafür, dass ich irgendwann mal fett Schaden Aber was ist ein bisschen Level up Ja, Level up Was soll ich denn? Kriegst du in den Schluchten? Muss man einfach mal Geht gar nicht, wie Masary lockt Aber wir müssen dahin Reisen verbaut Das ist doch Kataklysum Was? Der Dungeon Brothers Sowieso überflüssig hat ergeblich Du musst dahin reiten Echt? Ich muss zu diesem Scheißdreck hinreiten Ja Ein BG BG oder Schlagfeld Äh, Dungeon Ja, musst du hinreiten Ja, aber ich hab grad ein BG angemeldet Achso Achso, WG mit so WG nicht von So war so ein Geil Schon im besten Was auch immer du da machst Egal Quest abgeschlossen Ich kann deine auch looten Ach, wir müssen die looten Willst du mich grad verarschen oder so? Ich hab gar nicht gemerkt Ja, du grad sagst du noch Ey, die müssen wir aber looten Ja, ich hab's vergessen Ich hab ein Gedächtnis von einer Fliege Du hast Also Du hast ein Gedächtnis vom Albaner Nein, das war Wusstest du, dass Fliegen Ein Kurzzeitgedächtnis von 0,5 Sekunden haben Das was? Dass die Fliegen Ein Kurzzeitgedächtnis von 0,5 Sekunden haben Ja, Fliegen haben überhaupt nie Äh, Fliegen, Alter Also Ich hab auch eine Fliege schon Flügel auf, Flügel ab, Flügel ab, Flügel ab Und alle Achso, wenn du die mal so wegschlägst Ne Guck mal, wenn du die mal so wegschlägst Darum kommen die wieder zurück Weil die das wieder vergessen Ja, so sieht's doch aus, oder nicht? Ja, ich weiß aber das nicht Sack und voll in die Strömung rein Blümmeln Ich komm, du kleine Kwaue Ach Hyah Na ja Kein Wunder ey Boombox Kacke Vühnerköcke ja es sind so ich brauche noch so ein fleisch ich habe jetzt hier bei dem auch noch was ja es ist schon niedrigstufig und dazu brauche ich ach nee ich bekomme da eine ist cool okay jetzt kommt liebt immer komisch level ab schon der 17 denken du bist ich bin 17 ja ich komme jetzt der 16 es freut mich du hängst trotzdem hinterher weil ich mal ein bisschen betritt ja ich bleibe ich ja mein gott ich bin jetzt in wasser gefallen sondern schlucht ich jetzt die wasser wasserform könnte einfach hin schon wegschwimmen das muss ich ja von den umweg machen jetzt hängig wieder hinterhält zwischen der question fertig ich habe gegeben fast jetzt muss ich erst mal 16 muskel fleisch holen der muschel muskeln alter sagt das mal zehnmal so schnell wie es geht hintereinander betritt muschel muskeln muscheln muskeln muscheln 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 das ist geil das ist ein geiles wort das morgen schwule denkt auch so er kann eine neue klasse rasse spielen schurke schurke ich glaube ich bin vor dem boden muscheln 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 die wörter die sich hier für die festgegenstände einfallen sind sowieso die genialsten ja irgendwie schon muss man so wasser mensch sein und was sie sich für wörter sozusagen ich verstehe ich lese mir die quest dafür gewöhnlich mit durch ist ja auch klar irgendwie ja wer lässt sich schon die quest durch ja ganz ehrlich also ich weiß nicht warum eine verkrustete muscheln muskeln haben möchte ja das sind fantasie wird wie kann man eine suppe kochen oder so eine fantasie super egal ja mein gott den richtiger ja ich habe wasserform erlernen es gibt auch reale wörter aber naja travelform also wo ich hatte jetzt fast alle formel eine außer eulenform will ich auch gar nicht heule ist doch ja gut dass er gemeint eule sieht schwul aus ja ich will aber feral machen nicht gleichgewicht ja schon klar kann es ja machen bei eule sieht immer cool aus irgendwie gibt es aus wie so aber ich war bei mcdonald's rennen bloß weg auch kommen jetzt jemand war wiss aber keine rassistische man das ist schwer da muss man müsste man weil du musst zugeben es gibt es mittlerweile nur noch wirklich gute rassistische witze so ich habe schon lange keinen guten witz mehr gehört also fritz onkel fritz mit ach du scheiße der fritz der hat ein auto und sitzt der hat ein dackel ohne schwanz macht das auto wieder ganz so was das waren so kindergarten mit sowas muss ich erzählen oder in der grundschule sowas haben wir da gemacht ich weiß nicht wie es bei dir aussah aber ja klar wo ich habe die reiseform schön schnell die acht da bis 30 prozent schneller ne oder 40 glaube ich 40 ja und in der normalen bis zu 30 das so krass dass ich noch nicht den buff habe vom doriden welchen ach so den war schon dieses naturzeug da ja ja muss ich bin was machte der aufgabe abgeschlossen jawohl ich bin der schule jetzt überlegen mal ganz hart was es für witze gibt die wir erzählen könnten ich muss von hart überlegen muss man hart überlegen alle zuschauer schreibt man was in die kommentare irgendwo oder witz den ihr mal gehört habt oder so die nicht die nicht nicht richtig rassistisch scheiße die nicht rassistisch sind kenne ich auch keine glauben wäre möglich ich freue mich schon mehr auf level 20 dann gehe ich mal danach so und muss man den mount holen oh mann alter jetzt bin ich das zweite mal da runter gefallen kein wunder dass du schon level 17 bist ja sieht da jetzt besitzt jetzt beim beim questgeber bin und die quest abgegeben habe da bist du schon level 50 naja ich bin viel schneller weiß ich bin ich jetzt direkt hier und so als gewonnen sind weiß ich nicht aber was ich also ich habe mal frost man hat so einen m kennst du ja messi vielleicht der hat einen livestream gemacht hat sich mist of bandaria gekauft und dann hat er halt sofort so irgendwelche alle titel die er halt auf allen realms hat oder hatte ja ja hatte der dann auch richtig das geht halt wir hat es geht halt ist klar und alle mauns du hast alle mauns die du jemals hattest hast du die reise der voll da kannst du halt nicht benutzen damit wer hat mir da die quest gegeben was zur hölle ach nee ich muss auf ja ja und da habe ich mir immer in geschweh getan so ich habe oder lol politiker tipps zu laut dafür so langsam zu drücken er reicht mal also zu drücken und beideutend wo ist denn jetzt der monge der mal die quest leichter Nein, train me. Bild hier rauf. Hier liest du ne Fotze auf dem Tisch. Na, solche Wörter sagt man aber nicht Petritch. Warum? Ach so. Ja also. Na also echt Petritch. Es kann doch nicht wahr sein, das ist ein scheiß Questgeber. Boah, 240er Crit. Mein alter. Alter, wo ist dieser Questgeber? Boah, ich fühl mich so gedisst gerade. Ich bin so ein Lehrer. Kann ich dir jetzt auch nicht helfen, ganz ehrlich. Oh Mann ey. Ich werd gleich wieder zurück. Doch ich sterbe gleich.